krank wieder rauskommt morgen jungs und mädels willkommen zur version 0.2 sap containment breach retro edition wichtig ja mein gott wir zu den center machen während der langen ladezeit also hier steht von blitz max zu blitz 3d und schäger das volle programm ja genau das jetzt ist das erste ist so die größte neuerung blitz 3d ich habe es gar nicht mehr so großartig in erinnerung von der zachtung und ab jetzt gibt es die pocket der menschen ab dieser version ach was jetzt und du musst gucken den 173 hat ein neues model aber der da oben nicht schon mal der ist immer noch weiß es sieht immer noch kacke aus habe ich glaube besser als vorher ja das haben wir noch und die sehen halt auch scheiße aus er soll schon wieder nicht mehr durch die wand flickern können in anführungszeichen das hat aber schon vorgehoben oder dass er nicht durch die wand dicht tötet ich weiß es nicht hola die wald wo noch ein paar bug fixes von magi genau ich habe immer so ein bisschen angst in diesen räumen weil einmal was passiert einmal ja einmal ist es auch da in diesem roten raum durch die lüftungsdings da gekommen auch nur einmal hat gereicht ne ja das war dann dieses dramatische erlebnis und einmal ist er gejumpt hey da oben gibt es doch diese augentropfen oder ja eyedrops von apple eyedrops eyedrops mein inventar ist ja schon voll ist ja kacke so klein was ist das document achso waren diese Verbesserungsvorschläge oder ja ich glaube schon aber warum in den neuen versionen film eigentlich gar keine augentropfen mehr kann das sein ja diesen raum in dem wir jetzt sind den gibt es glaube ich irgendwann einfach nicht mehr ab 07 oder so wo dann das ganze room layout neu gemacht wurde voll schade revision revision weil die waren geil weil du konntest dann halt durch diesen server raum halt ohne angst zu haben irgendwie durchgehen ja was heißt ohne angst zu haben wenn man es anstellt dann können wir es auch sagen ja wenn oh das war jetzt dieser raum okay ah jetzt sieht man was ah der steht auch gut hä 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 was ist jetzt los steht noch einmal da an der ecke jetzt hat er sich wirklich scheiße weil es ist kacke ich muss blinzeln bevor ich da reingehe es ist halt immer so muss halt auf gut glück oh hallo mach mal ja 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 aber gab es von den augen tropfen nicht zweierlei die einen die waren gut und die anderen die waren scheiße wenn die einen waren los oder hast du dann so ungefähr eine halbe stunde lang verschwommen gesehen wenn ein konnte man mit mir glinzeln die wende wie in den freien gemacht hast glaube ich sekundenkleber ja das würde dieser wo der schrocken gegen die kanal rechtlich nicht so leicht zumindest der macht auf junge vor allem hatte ich krass augenkontakt und so sichtkontakt so habe ich gekonnt hatte die tür aufgemacht vielleicht ist in der version noch so dass es da so ein abstand gibt vielleicht irgendwann das ist immer wenn ich mir zähle dass man hinschaut alter halt kommt da der andere was macht der ach ja es scheint eben so ein eckraum zu sein aber in einer in einem frühen alpha stadium testphase dass er sich nicht schämen so ein raum darin zu machen ich weiß gar nicht wie das jetzt mit dem game sound dass ich hoffte nimmt er jetzt wieder mit auf diesmal konnten keine engine mehr einstellen nach dem raum gibt es ja nichts mehr jetzt ist es auch blitz 3d wahrscheinlich lag es da dran das heißt nicht mehr noch nicht muss man sagen da gab es noch nichts ich glaube ich nicht möglich also der wer nie dazu ist uns noch nicht passiert uns ist einiges passiert aber das noch nicht oder aber dass er durch die scheibe einfach jump das macht er heute noch glaube ich so ohne dass es scheppert so oder die zeigen schon ein ending und da kommt es erst später ending ich glaube das kann man später mit 0 3 neulich habe ich doch nachgeschaut aber ich weiß es nicht mehr und zwar bei 5 und zwar gerade diese raum in dem potenziell hier 106 da durchgehen kann stimmt wie dann noch man eigentlich wieder so eine viertel stunde ja weil ich meine zu ende spielen geht ja nicht und ist doch keine zonen also ist kleiner eigentlich oder ist es nicht sagen aber es ist halt gemischter du siehst halt schon mehr verschiedene räume in kürzer zeit ja weil es halt nicht mehr diese zones gibt eben oder noch nicht noch nicht das sind die episode noch nicht wir kriegen uns hier ja quasi in der vergangenheit durch laupte zeit da gab es noch nicht diesen grad achtung tatsächlich vielleicht kam der damals immer oder immer sagen wir zu 50 prozent aber bis jetzt seit wir es getestet haben 100 prozent wie mal ein bisschen careful ja die haben ja gesagt dass wir voll oft an kikars vorbeigelaufen sind wo ich dachte dass es noch gar keine gibt ja ich glaube wir haben zuschauer fragen kann das sein ja aber ich weiß es gerade nicht welche scheiße nächste episode nächste woche dann wenn wir dran denken kann man dazu sagen also das war eine absolute sackgasse da kann man nichts machen das war die glocke oder kommt vielleicht dieser geist jetzt wieder warum das ist die glocke überhaupt leute ja die gibt es ja dann noch nicht es gibt ja nur dieses phantom ja das phantom das war doch eine gestalt von sap 096 in der frühe ich glaube das phantom gab es in der version nicht oder nicht doch wir haben es doch gesehen ja eben komisch keine ahnung ja vielleicht ist es ja kommt es nicht darauf an dass du die glocke lautet und dass du das leuten hörst und das wird dann halt durch dieses intercom irgendwie übertragen und dann kann ja genau die das phantom dann erscheinen stimmt so wird es sein vorsicht fall gelöst fall vor allem voll dunkel ich habe hier in diesem räum auch Angst seit der einer da sein kopf durch die Decke gestreckt hat oh genau da war oh Gott Gänsehaut gleich wieder raus Outlast kam ja sehr gut an habe ich gemerkt also von den Kommentaren her ja nicht von den Clicks nicht von den Clicks aber die die es geschaut haben die haben es gefeiert ja richtig ist aber auch bis jetzt ein gutes Spiel muss ich sagen ja ähm das dumme war halt dass es halt schon so zwei Jahre alt ist aber ich meine mein Gott wie alt ist das SAP jetzt das geht schon seit 2012 oder erst hätte ich gesagt 2012 ja so ich glaube vor Slender aber ja scheinbar noch nicht Slender ist glaube ich Mitte 2012 ja weil wir haben zuerst Render gespielt und dann S.E.P. ja aber S.E.P. ist glaube ich erst fuck was der klopf oh Gott oh Gott oh Gott das hat er ja oh der kommt wirst du schon nicht rüber rennen bevor das ist voll krank wie der rauskommt alle oh das ist so gemacht oh das ist so gemacht oh man es gibt jetzt die Pokedimension ja vielleicht kommen wir da raus aber ich glaube da kann man noch nicht escapen die allererste Pokedimension Leute sah die schon immer so aus das hast du immer ne da sieht es anders aus ne wurde dann schon geändert dann so aber ok trotzdem schaut aber man kann die immer noch nicht rum ja die Textur die schaut so schön aus irgendwie total wieso kennt sie diese diese Grassteine also Ziegelsteine aus Gras mhm so von der Textur schaut das so aus wunderschön jetzt geh einmal irgendwo lang guck das ist voll komisch ja 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 übel die Wände stell dir mal vor wie du jetzt grad da stehst so irgendwie so ja so schräg das ist wirklich merkwürdig ich würd gern den Menschen jetzt sehen voll der mindfuck third person ich glaub da muss ich lang gehen wenn er da lang da lang läuft da stirbst du entweder muss ich da lang gehen weil der richtige Weg ist weil er da gelaufen ist oder es ist der scheiß Weg einfach hä kommt der jetzt nochmal oder was der kommt und schiebt dir was in deinen Po ja toll warum kann ich jetzt nicht mehr flüchten doch uah alter ist der schnell der ist nicht schnell ich bin langsam ja was macht der vor allem der geht voll krank hä er ist noch da man ach da vorne jetzt wirklich gar nichts mehr ja jetzt hat er mich er hat mich getrapt das ist viel cooler alter warum hat er das weg gemacht das soll er wieder so machen ja verstehe ich nicht wie kann man sowas rausnehmen ne das ist echt gut aber auch von der Textur finde ich den damals schon gut eigentlich hat er jetzt nichts großartig geändert ne 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 naja insofern nicht viel neues gesehen die pocket der menschen wir haben jetzt genau die neuerungen eigentlich gesehen was in der in der version kam ja und von dass es halt die neue engine war davon hat man es nicht gewählt nicht so viel mitbekommen ja ihr merkt dass ihr wieder sound habt das ist wahrscheinlich beim programmieren vielleicht hast du mehr möglichkeit ich kann mich da auch nicht aus mit blitzmark blitzreide ich kann mich auch nicht keine ahnung alexp kannst du schreiben was der Unterschied ist ähm naja genau ansonsten was made it possible to choose the mapseed der war scheinbar neu gab es davor noch kein mapseed scheinbar nicht doch aber du kannst ihn wahrscheinlich nicht verändern achso du kannst ihn dir nur was bringt das dann man weiß es nicht subscribt den channel für mehr sap retro edition und outlast jetzt in letzter Zeit für die die es noch nicht mehr bekommen haben vielleicht schauen ja manche nur sap von uns und dann ein anderes video gesehen gedacht das sind irgendwelche faggots immer wieder outlast spielen nein das waren wir ne also wenn ihr wenn euch das video gefallen hat lasst einen like da und wenn nicht dann halt dann dislike aber hab das jetzt eigentlich nicht gedacht selten ganz selten dann müssen wir wieder einen english title machen ja genau ja all the peace gibt es noch was zu sagen für diese woche nö nö könntest du nicht sagen dass du heute Geburtstag hast soll ich das rausschneiden dass ich das gesagt habe ne ist mir egal ne aber ihr müsst gar nicht gratulieren weil bis ihr das video seht ist der Geburtstag auch schon nächst wieder vorbei dann kommt das video in zwei tagen ja 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 voraussichtlich also lass lass das einfach na mach das ja heute oder würdest du dich freuen wenn du dich gratulierst ich würd mich schon freuen ja also lass das einfach in dem sinne bleibt geschmeidig bis zum nächsten let's play tschüss tschüss